Ich habe überhaupt keine... Doch, habe ich wohl. Ich wollte gerade sagen, ich habe überhaupt keine Taschentücher hier liegen, aber ich habe was gefunden. So. Oh nein. Gerne doch für den Host bin, aber etwas im Lurk-Modus, da ich noch was erstellen muss. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber vielen Dank. Oh nein. Es hat uns nicht wissen, ich hätte mir echt nichts besseres, also keinen besseren Zeitpunkt das letzte Mal aussuchen können, das zu beenden hier. Ich muss auch sagen, auf der zweiten Insel ist es echt die beschissensten Level, oder? Wow. Julia, du bist die Beste. So. Mach du mal dein... Da hätten wir hier schon mal ein paar Sekündchen gespart. Hätte man das geschafft? Ich glaube schon, ne? Ich mache jetzt einfach mal... Ich setze mich nicht sehr unter Druck. Druck? Hm. Ähm. Ich mache einfach mal und hoffe, dass es reicht. Oh Gott. Jetzt habe ich was schon wieder vergessen. Warum timen die das denn so beschissen? So, gucken, ob das hier passt. Ja, das kann man machen. Wow. Wie kann man so wegdrehen? Das ist schön. Na, da hätte ich noch ein Ticken... Pizza? Achso, ich hau mir mal Pizza in den Ofen. Guten Appetit wünsche ich dir. Ich glaub, wir haben auch noch Pizza. Aber Dennis hatte vorhin Nudeln mit selbstgemachter Tomatensauce gemacht. Die war wieder... Das war sehr lecker. Kann der echt gut. Also meine selbstgemachte Tomatensauce schmeckt nie so gut. Nein! Och, Mann. Ach, jetzt hab ich das schon wieder. Jedes Mal das gleiche. Na gut, also da hätte ich jetzt eigentlich drüber springen können. Fünf Sekunden hat das gedauert. Das ist sehr erbärmig. Das ist echt peinlich, ne? Aber zum Glück verlieben wir keine Leben. Wie viel haben wir denn? Ach, 98. Ach, Mann, weil ich gesprungen bin, ey. Ach, der haut da eigentlich immer nur das rein, was er grad irgendwie in der Küche findet. Einfach passierte Tomaten. Dann meistens nur eine Paprika da reinschnüppeln. Tabasco ein bisschen. Und halt irgendwelche Gewürze. Oh, jetzt bin ich da neben gesprungen. Ach, Mann. So, das war schon etwas besser. Schon wieder die Maske verloren. Ich glaub, ich brauch die, weil man hier, glaub ich, einen Super-Arkku kriegen kann oder so. Ich bin noch nicht mal bis hinten zur Wand gekommen. Das ist so Panne. So, da jetzt hier rein. Ganz wichtig. Occupat ist jetzt ganz wichtig. Achso, der Mittlere geht gar nicht... Und wie der Mittlere nicht rausgeht. Ja, Dennis ist schon feiner. Ganz feiner. Komm, verzieh dich, du Kopf. Das war ganz gut vom Timing her. Der Lüfter von der Placer hat auch gerade einen Gang höher geschaltet. Oh Gott, das... So, dann muss ich mir... Gleich muss ich dran denken. Ich kann da einfach durchlaufen. Ich muss mir mal gerade die Nase putzen. Das macht mich gerade ein bisschen kirre. Und nein, ich werde... Obwohl, doch, ich kann das. So, da bin ich wieder. Also, wir müssen erst mal gucken, wo das Feuer ist. Vielleicht passt's, ja. Ja, sehr schön. Ach, jetzt hab ich die Maske schon wieder verballert. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab doch gedreht. Dann wäre die Fledermausler gewesen, dann wären die nicht mehr gekommen. Boah. Ich hasse dieses Level. Beziehungsweise, ich hasse diese Level. Ich hab schon wieder gedreht und er hat's nicht gemacht. Oh, ein Tobi. Ich konnte's nicht ganz lesen. Ein Tobi hostet mich. Vielen Dank. Schnell, schnell da runter. Nein, 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 nein. Bleib mir weggeschobst. Tobi, Potato. Dankeschön. Ja, es wundert mich auch irgendwie. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Und dann spiele ich auch noch so schlecht. Ich hab den auch noch besiegt quasi. Und dann schubst er mich nicht weg, ne? Das ist unfassbar. Und ich bin noch nicht mal eine Wand hochgeklettert, ne? Ich fasse es nicht. Immer dieses Zeichwort. So, diesmal warte ich hier ein bisschen. Ich glaub, die Biene ist gerade da. Glaube ich. Das war Glück. Oh, das war's. Dufkopf. So, die machen langsam. Ah, Gottes Willen. Immer diese Verarschungssachen, ne? Die sind auch langsam. Das war ja klar. Das war noch mehr klarer. So. Natürlich. Das ist jetzt halt, Julia. Das ist fast alle Zeit der Welt. Ich weiß jetzt, die Frage, ob sich das so gelohnt hat, die Sachen einzusammeln. Ich glaube, es geht da noch ein zweites Mal hoch, ne? Ich glaube, ich... Ja, hier. Hauptsache, dass ich das erstmal überhaupt durchschaffe. Da wäre ich schon sehr froh drüber. Nein, ey. Ja, die Biene ist da. Genau. Achso, like for like Bots. Wenn ich das... Ich hab's heute nicht mit dem Reden, ne? Und hallo, Tobi Potato. Ja, ist soweit alles fresh, wenn man das so sagt. Ja, Horror auf Zeit, da sagst du was. Das ist echt... Das ist nicht schön. Da gibt's viel, viel schönere Sachen, die ich mir da vorstellen kann. Ja, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich erstmal durchkomme überhaupt. Ich würde nur sagen, hier unten läuft's jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen besser als am Anfang. Wäre auch traurig, wenn's nicht so wäre.